Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Grand Theft Auto So 5, Most Wanted, heute mit einem Audi TT oder R8 verschnitt, ich denke mal TT, und ja, ich nehme das jetzt ganz immer über PC auf, also dann kann ich eine Webcam richtig benutzen, es ist nur ein bisschen schwieriger darüber zu zocken, weil das ein bisschen verzögert ist, deswegen, ja, wundert euch nicht, wenn meine Skills runtergegangen sind. Und ja, also wie gesagt, meine Skills sind nicht runtergegangen, es ist aber ein bisschen schwieriger, so privat da zu zocken. Okay, ähm, ja, ich hoffe das passt jetzt auch, dann schon lautstecke-technisch, weil sonst muss ich das runterpegeln, aber ich denke schon, dass das Spiel gut eingestellt ist. Alter, was geht mit der Karre, die bricht sofort aus. Nur hier ist halt das Problem, äh, ich benutze jetzt X-Split zum Aufnehmen, denn, äh, irgendwie, man kann massen, der Studio spackt irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meiner Festplatte liegt, die ein bisschen voll ist. Aber, ja, keine Ahnung, oh, fuck, ich bin ja gleich tot schon. Boah, auf jeden Fall nehme ich jetzt über X-Split auf, hier kann ich die Webcam nicht ausgehen, aber, ja, ist halt so. Aber generell gibt es ja bei Most Wars sonst keine, äh, Facecam eigentlich schon in der letzten Folge, Facecam musste da auch wieder Karassas-Studio was herumgespackt hat. Ich hoffe, diesmal, also Karassas-Studio nehme ich jetzt nicht mehr zum Aufnehmen, sondern nur noch mehr zum Schneiden. Ich hoffe, dass es jetzt klappt, übrigens länger, Karben so, normal ist es jetzt nicht, eigentlich wäre die Windows 10 Edition heute gekommen. Aber, ja, es ist natürlich, ist das in der letzten Minute, in der Minute 14, also ich nehme ja immer eine 50 Stunde auf, ja, wollte so ein schöner in die letzten Minute aufnehmen, ne, war kurz davor, war halt mein Timer, ne, der wollte schon fast klingeln, in einer Minute, und dann schmiert mir die Aufnahme ab, also das war, äh, relativ, äh, toll. Aber, ja, jetzt nehme ich über die zweite Festplatte auf, das heißt, ich habe mir noch eine zweite alte Festplatte mit, jetzt zwar eine 150 GB, aber das ist meine reine Aufnahme-Festplatte. Hier passt jetzt auch richtig viel Aufnahme-Daten drauf, nur die schon ein bisschen älter, so, acht Jahre oder so, die ist von alten Windows-Wistapiece hier von meinem Vater, weil er weiß nicht, wie lange die nur mitmacht, die macht dann manchmal kurve Geräusche, ob die schon verreckt. Aber, wie gesagt, so müssen wir schon irgendwann mal eine neue Festplatte holen, die irgendwie mit 1 Terabatt oder so. Oh. Ja, geil. Auf jeden Fall, äh, das war's. Die, ähm, mein-kopf-Indust-Zene, der hat mir gesagt, das ist einfach verloren, wir haben ja noch, dass es noch gar nicht. Fuck. Fehlgeschlagen. Es ist verdammt nochmal fehlgeschlagen. Toll, wir knallen da direkt dagegen. Es ist ja, das ist eine super lange Aufnahme geworden, und es ist, wow. Es ist ja richtig lang jetzt geworden, Aufnahme. Geil. Ja, vielleicht werde ich auch demnächst generell auf dem WC aufnehmen. Aber, geil, ey, wie lange ist die Aufnahme? Wow. Okay, Leute, das war's. Ich will immer draus. Ähm, ja, ciao, wenn du's was trotzdem gefeiert, wischölen, like, freud. Und wer ja, dann auf den nächsten Mal, könnt ihr mich auch abonnieren. Okay, wenn ihr weiß. Okay. Eyes in the sky gazing far Into the night I raise my hand To the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you 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 Because you can't stop it from shining through